Und like bleibt aber so. Like bleibt. Likes kann man sehen, ja. Ey! Ich kann mir das gar nicht wünschen. Aua, ich werde von hinten genommen. Ja du f***st mich auch von hinten. Ich werde von vorne genau. Sag mal ey. Ich muss das als Bild machen. FSK 18. Ich konnte kein Bild machen. Sag mal ey, der fährt auch noch extra in mich rein. Kannst du mal auf so eine Straße weggehen, Alter. Sache, Frage. Ich bin ja reingefahren. Du hast einen Führerschein gemacht. Ja, das sehe ich. Nein. Uiiiiiiii. Oh, ich bin mir wieder von hinten. Ey. Voransteh mich immer. Ach, das ist Henry. Ah, egal. Ja, nee. Sehr schön groß. Ah. Ah. Nein. Doch. Oh. Oh. Liebe Entwickler, das geht an euch da draußen. Es wäre schon wirklich sehr leicht, wenn ihr Licht an Autos... Ah. Oh. Bruh. Oh Gott. Wir werden auch verfolgt, wenn du es weißt. Wir fahren hier doch mal kurz über die Wiese runter. Das ist alles erlaubt, was wir hier machen. Was aussieht. Ich, ähm, lieg da mal auf der Seite, Punkt dir, Digga. In jeder Ecke fährt irgendwie ein Spieler ein Auto. Das ist das Geile. Das macht das Gefühl nicht so einsam. Huh. Und aufnehmen, ohne Flax. Weil es einfach so Fun macht. Bruh. Ja, okay. Wir haben ihn halt nicht... Oh. Da geht es ja gar nicht weiter. Oh nein. Nein. Warum spawnst du ein Audi? Bist du dumm? Oh, warum sind der... Das ist rechts. Das Gebäude ist auch neu. Ich weiß nicht... Taxi leckt! Ja, sorry, du. Hallabuh. Hallabuh. Ist das ein R? Okay. Ist das ein Code? Ich mache jetzt ein Thumbnail. Dein Auto fährt weg. Oh nein. Jetzt bin ich wieder in einem Auto drin. Unsere Schuld. Oh mein Gott. Alter, leck mich. Hallo Polizei. Boom. Danke. Oh Mann. Alles zusammen. Lass mich überholen. Du musst so ein bisschen... Pff. Man. Weder haben wir Videoprobleme oder einfach Lacks. Und hier... Oben links auf Auftrag drücken, du Schlau. Ich... ich hab ehrlich... Marcel... Hier ist Polizei. Ich bin... Was ist das Video? Wir sehen, dass es... Oder... Bruh. Nein. Ich fahre hier gerade mit Rückgangsgang hoch. Ah, ich häng fest. Okay, wo ist das WDR-Gebäude? Äh... Ja... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, ich bin in Feuerwehr voll reingefahren. Ah. Ich denke mal schon. Oh nein, ich bin auch runtergefallen. Oh mein Gott. Viel schlechter gedacht. Ah. Ich wohne sogar in Wien. Ich wohne sogar in Wien. Ja, okay. Ach man, ich nehme jedes Schmelz. Oh mein Gott. Alter, heiliger... Kurve. Aua. Ähm. Ich will nicht sagen, dass ich mich gecrashed habe, aber ich hab mich gecrashed. Ja. Ne, nicht von der Polente, das ist... Oh mein Gott. Ohohoho. Karma. 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 Ah. Ich hab den gefrühlt. Oh, Junge. Was passiert hier? Hilfe. Na? Du musst ja eigentlich gebannt werden. Warte. Aua. Ach, Deger. Was ist denn hier oben aus mit der Tanke? Bruh. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Weg, falls ihr den wisst. Falsche Richtung. Ab oder so. So, warte mal. Hier kommt wieder ein Blitzer gleich. I knew it. Die Kurve kriege ich. Oder auch nicht. Ha. Ich wusste das. Oh, hier komm ich nicht hoch, oder? Schwierig. Jetzt? Nein. Abonnieren. Abonnieren. Abonnieren diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Abonnieren diesen Kanal, für den Support. Abonnieren diesen Kanal, klickt auf das letzte Kack-Video. Abonnieren diesen Kanal, lol. Oder so. So, warte mal. Hier kommt wieder ein Blitzer gleich. I knew it.